Hey Leute, willkommen zurück zu Yakuza 2. Wir müssen zurück zum Serena, denn alle warten dort auf uns. Wir müssen zurück zum Serena. Oh, das ist ja auf der anderen Straße Oh, er ist verschwunden Er war ein Geist 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 Entschuldige Könntest du mir sagen, wozu hell ich eigentlich bin? Hier ist das Kameruto-Thing, Kachi Street Nun ist das nicht etwas Vielen Dank Äh, kein Ding Pass gut auf dich auf Wann mal eine Sekunde Brauchst du noch was? Hast du diese E-Mail? Benutzt du diese E-Mail? Gib mir mal deine Adresse Warum? Nun, siehst du Das ist mein erstes Mal in Tokio Ich weiß überhaupt nicht Wo ich bin In meinem Alter kann dieser Stress zum Tod führen Das ist ein bisschen übertrieben Alles was ich sage ist Dass ich mich gerne auf deine Hilfe verlassen würde Weil du diesen Ort anscheinend sehr gut kennst Also was sagst du? Hier ist du eine alte Lady Außerdem Soll man nicht seine Soll man nicht die Eltern respektieren? Gut Ich geb dir meine Adresse Aber E-Mail mich auch nur Wenn du wirklich verloren bist, okay? Verstanden Also bist du Kazuma Kirio Das bin ich Du kannst mich einfach Granny White nennen Naja Zumindest nennen mich so die ganzen Kinder Klar Dann nenne ich die ganze dann Sehr erfreut Kirio-Kun Wie hast du mich gerade genannt? Ah ne Kasu-Chan Kasu-Chan So werde ich dich jetzt nennen Weißt du jetzt wo ich dich so ansehe? Redest du gar nicht so viel? Wenn ich raten müsste Benutzst du wahrscheinlich eher deine Fäuste Um die Nachricht zu überbringen Hab ich's doch gewusst Das nennen mich daran Kasu-Chan Könnest du vielleicht der alten Granny White nochmal einen Gefallen tun? Naja Kommt davon was Ich glaub Leute beobachten mich Nicht beobachten Leute Dich? Du hast mich doch gehört Jetzt Machst du es doch offensichtlich Guck aber Mal da drüben Die sehen ziemlich gefährlich aus Was hast du getan? Ich hab doch gar nichts gemacht Nun Vielleicht hab ich ein paar Dinger gemacht Wenn du was sei Ich brauch Ich will Du musst mich beschützen Die könnten jederzeit vorbeikommen Dafür hab ich Keine Zeit zum reden Hier komm Ich teel auf dich Kasu-Chan Du Geben wir uns die alte Lady Was wird ihr mit ihr tun? Ich hätte sagen Vielleicht Zagten wir sie in kleine Stöcke Sorry aber Ich lass das nicht so Wenn du sie nicht hergibst Nehmen wir sie Nehmen wir sie gewaltsam Ich hoffe du bist bereit zu sterben Die kämpfen mit? Alter Alter Du bist so stark Ist okay Okay Die haben mir nicht Die haben mir nicht Meinen einzigen Katze hinzugefügt Danke für die Hilfe Katze-Chan Warum waren sie denn die her? Oh Schon Viele Leute wollten schon Immer ein Stück von mir haben Aber ich hab sie immer abgelehnt Wenn sie nicht muskulöst waren Wenn sie nicht muskulöst waren Nimm mir Masai Dann kommen sie wieder Denkst du kannst Mich weiterhin beschützen? Naja Ich hab wohl keine Wahl Schick mir auf eine E-Mail Wenn Die Dinge gefährlich werden Werde ich tun Katze-Chan Nun Ich werd weiterhin Ich werd jetzt Weitere Sehenswürdigkeiten anschauen In dieser verrückten Stadt Was ist das? Wir müssen nochmal ne Quest Oh nein Was ist das? Was ist das? Kiryu... Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe einen Anmuno-Bil, dass ich mich als Beobachter bin. Was ist das? Ich habe einen Moment in der Kampagne, dass ich in der Kampagne, die Mäkotow-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera-Kamera. Hätte er wegen Mord gesucht, weil er auf den Kazuki-Faker geschossen hat. Aber er hat ihn ja nicht mal getötet dadurch. Es war ein Streifschuss. Verdächtiger. Oh, das sieht aber auch echt zu perfekt aus. Was? Ja, die... Waffe bewegt sich auch nicht. Ich habe mir gesagt, dass er mit einem Stöhnen-Tabler erarbeitet ist. Ich glaube, dass es nicht möglich, dass er mit einem Stöhnen-Tabler nicht möglich ist. Ich sage es, dass er nicht möglich ist, dass er die Stöhnen-Tabler nicht verletzt hat. Es ist schwierig, dass er die Stöhnen-Tabler nicht verletzt hat. Was ist das Stöhnen-Tabler? Das ist ein Stöhnen-Haus. Stöhnen-Haus? Was ich sage? Das war's. Ich habe einen den K tamen für Stungs- und Stuhl-Date. Ich habe die Frage gut. Das war so. Er ist nicht so, dass es sich nicht so, dass es nicht so. Dass es sich nicht so, dass es sich nicht so, dass es sich nicht so, dass es sich nicht so. Aber ich sage, dass ich den Stuhl-Date-Date gerät. Das war's für heute. Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich das ganze Team nicht verstehe. Aber ich weiß nicht, dass ich nur die Videobeschreibung im Video habe, wie kann ich mich für Sie sein? Ich weiß nicht, dass die Situation in dieser Stadt passiert ist, dass ich alles in den Videobeschreibung habe. Ich weiß nicht, dass ich diesen Mann verletzt habe. Ich versuche, dass ich ihn mit dem Schrauben erzähle. Ich weiß nicht. Das ist das, was der Anweser, der Mäkot und der Anweser, der sich in den Kurschrauben beherrschte. Und dann ist das, dass die Anweser der Anweser der Mäkot, die mit dem Anweser. Die Anweser, die Anweser nicht verletzt werden. Hanna-Ei, die Videos zu sehen, ist das eine Beweisung. Ich bin ein sicherer. Es ist ja so. Wenn man so, dann wird es den Weg die Menschen-Gon-Höne sein. Aber wenn man in der Kammel-Höne sein kann, wird es dann eine Zeit, was man zu verabschieden. Ich werde es vielleicht vielleicht nicht mehr entfernen. Wenn man in der Zeit mit den Höhepern will, wenn man in der Höhepaar ist, dann wird es den Menschen-Gon-Höne sein. Dann wird es dann die Menschen-Gon-Höne sein. Wie ist das? Wir müssen irgendwas zu der Ching-Wehr und Mafia finden. Wer darf das dann? Ja, unsere beste... Naja, unsere beste Spur ist gerade der Florist. Ja, er ist anscheinend irgendwo im Millennium Tower. Ja, lass uns rüber gehen. Was ist das? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind vor allem schon da. Ich glaube, es ist vorbei. Niemand darf hier vorbei. Es ist okay. Ich bin auf deiner Seite. Oh, entschuldige, ma'am. Hier, wo ja auch das Finale in Yakuza 1 war. Oh, okay. Kommt sie auch runter? Nicht so richtig. Also, sie versucht's. Aber so wirklich wird das nichts irgendwie. Naja. Immer wieder alleine. Nee, so wirklich ist das, wird das nichts. Nevermind, sie ist hier. Hä? Das Geräusch macht mich grad fertig. Wo ist das? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin, nach 4 Jahren, in der Körperschaft in die Körperschaft. Ich bin, nach 4 Jahren. Ich bin, wie gesagt, eine Frau von Yakuza-Garren. Warum? Ich weiß, dass du in der Körperschaft der Körperschaft in den Körperschaft. Ich habe etwas zu verabschiedet, wie gesagt. Ja, das ist das Ding. Ich finde es gut. Ich habe die Frage, dass ich hierher kommen habe. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich hierher komme. Das ist der Grund, dass ich von Daigo-Digoh. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Däugigen von Daigo-Digohemann verletzeile. Ich habe mich zu den Däugigen, und mich zu den Däugigen. Das ist dann das Verrückte. Ich habe mich zu verletzten, dass ich mich zu verletzen habe. Das war's für mich, als ich überfügt. Aber wir haben uns dann auch schon mal zum Beispiel DATE. Das war's für mich. Aber es war schön. Ich habe nie gesehen, dass ich nur für DATE und KADZUKI hatte. Daher habe ich mich nicht gesagt. Ich glaube, es war ein Schweres. Was? Was für mich? Was ist das? Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, dass es hier der Bühne ist, was ich bereits zu tun. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht in meinem Haus. Ich habe mir die Augen zu überlegen, dass ich hier im Bereich der Bühne im Bereich. Ich habe hier eine 24-Jesse Zeit, die in den Kassenau-Stadt. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, dass ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist nicht so. Daigo. Ja, genau. Ich dachte, dass du hierher gekommen bist, habe ich mir vorgelegt. Du hast einen Ort. 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 Ja klar. Was ist das? Was ist das? 8人! Wo ist das? Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer, aber... Sie können sich das Wohnzimmer geben? Ja. Ich will auch wissen, dass ich das Wohnzimmer. Ja. Na gut, wie ich sagen, machen wir im nächsten Mal weiter bei Yakuza 2 und tschau. Vielen Dank.